Ja, hallo Freunde des Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition. So, Icarus kommt hier an und hier unten habe ich ein Grab. Ähm, Artemisons Grab. Oh, wieder eine antike Stähle und so weit. Geil! Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich hier reinkomme. Ähm, normalerweise geht es... Ah, es geht auch so noch weiter. Ja. So, jetzt muss ich wieder aufpassen. Zwecks Schlangen und anderem bösen Zeugs. Ja, 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 ja. Sind die ersten Ratten? Aber die tun einem nichts. Okay. Gucken wir mal, was in dem Grab los ist. Also zwei... Halt. Ja, ja, ja. Hier war ich also schon mal. Nein, das ist muss ich. No, wie geht das? Na, komm schon. Verbrennen das Zeug. Jetzt. Ja. Es sieht echt geil aus. No, müssen wir hier richtig umgucken. Oh, da ist es schon. Tschüss. Bringt mir Leder. Jawoll, 19 mal. Eine größere Schlange. Hm, ja, ja, nix ist. Tschüss. Da ist noch einer. Nein, nein, das reicht. Ach, was mache ich denn? Zack. Die Bohne bums die Erbse. Ach so. Licht. Hier ist nix, aber hier ist nix. Hier sind Skorpione. Okay. Ei, 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 ei. Auch erledigt. Ist das die einzigste? Ja. Gut, dann nehmen wir die. Da ist nix hinter, aber hier. Okay. Das muss ich erst beiseite schaffen. Gute Sache. Hier ist nix, da ist nix. Also, werden wir mal schön. Na, 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 na. Da ist wieder... ...geroll. Da ist doch garantiert eine Schlange. Nee. Doch nicht. So, keine Schlange. Glaube ich nicht. Doch. Da ist keine Schlange. Länge, 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 Länge. Okay. Ja. So. Ach so. Ich muss euch mal was sagen, weil ich habe, ähm, den im Spiel ist das ja nun mal weit fortgeschritten jetzt. Und ich habe gestern mal, uh, 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 bei anderen Bekannten reingeguckt. Einfach so nicht, dass es weitergeht, sondern halt, wie die das gemacht haben und, und, und. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich bin ein wenig neidisch. Logisch, warum soll ich nicht neidisch sein, ne? Warum geht das nicht? Was los? Warum geht das nicht? Ah. Und. Ja. Also. Die machen es auch nicht viel anders als ich. Nur, äh. Hm. Gut. Ich sage jetzt mal nicht so weiter. Aber, wie gesagt, ich weiß nicht, warum ihr mich nicht mögt. Ja. Und dann gucken wir jetzt mal weiter. Ja, sie machen es nicht anders als ich. Und. Gut. Haben aber, was weiß ich. Zehn, zwölf, fufzehn. Oh, ja. Tausend. Follower mehr. Ach so. Nein. Ja. Das ist dann. So ein bisschen unverständlich. Ja. Aber das hat wohl jeder, wenn er sich das anguckt. Ich. Ah. Ich gebe doch zum weiterhin mein Bestes. Und. Irgendwann. Werde die rausfinden, dass ich die Spiele doch sehr gut spiele. Ui. Ne, da ist nix. Okay. Ich sag ja, ich bin nicht der Postenreißer oder der Lustigste. Aber, wie gesagt. Ich bin einer, mit der am gründlichsten das Spiel spielt. Ja. Mag ja sein, dass ich zu gründlich spiele. Gebe ich auch zu. Aber ich muss immer da noch sagen. Ne, da ist keine, ne? Nein, da ist keine. Ja, weil nicht jedes Fragezeichen mit mir selber bei The Witcher. Da habe ich wirklich jedes Fragen. Oh. Okay. Mitgenommen. Ja. Ähm. Gut. Wo kann ich denn jetzt noch hierher? Habe ich wieder was in der Wand vergessen oder so? Eine Tür übersehen? Das ist durchaus möglich. Mich aber nicht abstreiten, ne? Hier. Ne, hier oben. Zack. Ne, dann mache ich hier noch nicht durch, ne? Ja, sieht so aus. Hm. Ja, und so geht es halt hier. Oh, 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 oh. Moment. Da haben wir doch ein Mittelgegen, oder nicht? Hm, hm, hm. Absolutly. So, dann komm mal her, du. Roll da drei, zack. Das ist Poseidon. Dann werde ich jetzt mal tauchen. Komm schon. Oh, Gott sei Dank ist das. Ah. Das hier. Yo. Das war's. Hier, ah, halt. Da hast du noch mal das. Sehr gut. So, dann wollen wir hier durch. Na, ich weiß ja gar nicht, ob hier unter Wasser Schlangen oder was weiß ich noch kommen. Moment. Kann ich da durch? Ne, da kann ich nicht durch. Hm. Ja, ich bin, ich will ja jetzt hier keine Leute kopieren, oder, oh, entschuldigen Sie. Äh, keine Leute kopieren, sondern ich bin ich und dann kann ich auch nichts ändern und das ist auch gut so. Ja, finde ich. Ich mach die Spiele, aber es gibt ein paar Leute. Einige. Ah, shit. Da ist die Schlange. Ja. Na, warum trempf ich die nicht? Jetzt. Fackel nehmen. Ja. Kopieren? Nee, dann finde ich immer so blöd. Dann bin ich jetzt ja nicht selber. Oh, nee. Oh, 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 oh. Ah, ah. Das ist also nicht so prickelnd wie nicht das. Nö. Eber auf, das Ding. Oh. Hm. Okay. Ist da hinten eine? Ja, da. Zwei sogar. So, einmal. Da, genau. Ja, ich meine, wer andere kopiert, das ist, das wäre ja blöd. Kopieren ist scheiße. Sonst wäre ich ja mit mir selber nicht zufrieden. Das ist also, ja, noch blöder. Das würde mich ja noch unglaublicher machen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Alter, sag mal, was ist los hier? Ich muss echt umgucken, damit ich ja nicht hier eine Tür, weil nochmal durch alles... Ich habe garantiert schon eine Tür, weil ich habe die Stähle noch nicht gefunden, die beiden Schatztrohen noch nicht gefunden. Ah. Nee. Da oben. Sieht da noch. Sieht gut aus. Ja. Nein. Also, ich bin so vorsichtig und wenn ich dann denke, oh gut, egal, und dann renne ich da rein und auf einmal haben da was weiß ich, zieh schlank. Oh, da renne ich fast an der Giste vorbei. An der Riesentruhe. Na ja, eine normale Eroberungsbrustplatte. Hm, also gut. Kann so sein. Aber ich bin dann hinterher auch zufrieden mit mir und darauf kommt es, glaube ich, an. Dass man sich selber nicht verkauft. Klar will ich mich verkaufen, so gut wie möglich. Aber, wie gesagt, ich will keinen anderen annehmen. Ich glaube, ihr versteht mich. Niemand anderes Sachen annehmen. Marotten, die ihr lustig findet. Oder versuchen, Witze zu reißen. Und die gehen dann mächtig in die Hose. Ja, auf jeden Fall. So, und da habe ich die. Mag ja alles sein, aber ich bin hier noch nicht fertig. Nee. Okay. So, hier war ich überall schon. Wo ist denn... Ich habe da diese Truhe. Da muss ich hin. Ich sage ja garantiert, habe ich irgendwo in der Wand etwas, was ich esse, übersehen. Guck mal hier zum Beispiel. Aber da komme ich ja auch nicht weiter. Moment, 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 Moment. Nee, von da bin ich ja gekommen. Ja. Von da bin ich gekommen. Aber ich muss da hin. Hm. Das muss ich doch nochmal da durchlatschen. Das mache ich nicht gerne, aber... Was soll's. Nee. Absolut nicht. Halt. Halt. Okay. Jetzt ist die über... Ach so. Komisch, die habe ich dann vergessen. Hier noch irgendwas in der Wand. Im Grunde genommen ist die jetzt zwar genau über mir. Ja. Lebt die da noch? Ja. Wo bin ich denn da? Ah. Zu Schande. Okay. Ich glaube, ich weiß, ob ich den Fehler gemacht habe. Ja. Aber hundertprozentig bin ich mir nicht sicher. Ja. Jetzt gucken wir nochmal genauer hin. So. Ab rein da. So. Und Toru, halt halt nochmal. Halt, halt nochmal. Äh. Ich dachte, das hätte ich gelohnt. Guckt ihr da dann? Wieso? Äh. Hatte ich das nicht schon gelootet? Ja. Vielleicht hier. Ja, da wäre schon was. So ist es nicht. Aber ich komme ja auch nicht da oben durch. Nee. Ja. Aber irgendwas stimmt da hier nicht. Ich war doch schon hier drin. So. Oh. Auf geht nicht. Äh. Hallo? Ah. Stein. So. Jetzt sind wir da. Wo ist denn jetzt? Die Truhe. Da bin ich besoffen. Oder weil jetzt finde ich die Truhe nicht mehr. Da oben. Da. Da komme ich hier irgendwie durch die Decke. Nee. Hier komme ich langsam durch. Hier ist auch nichts. Gucken wir mal hier durch. Ich. So. Jetzt entferne ich mich schon wieder. Aber jetzt komme ich hier ganz hoch. So. Komm ich hier irgendwo? Nee. Nicht wirklich. Ich bin da zufällig. Da zufällig. So. Jetzt bin ich auf gleicher Ebene. Ja. 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 Wie komme ich jetzt da hin? Das ist jetzt vielleicht noch weit. Aber nehmen wir das Loch hier, ne? Dann klappt das, glaube ich, mit dem Nachbarn, oder? Oh ja, die fackeln wir schön ab hier alle. Yeah. Das geht doch mal. Boah, was ist denn hier drin? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stück? Na, grüß Gott, sag ich dir. Wow, wenn du hier rein rennst, hast du keine Chance. Da wirst du gekillt. So, für Attentäterdolch. Na, hervorragend habe ich das alles gerne getan. Gut, dann können wir jetzt raus. Ja, also, hey. Gut, ich habe da Ding frei gemacht und bin nicht reingegangen. Tja. So, ist es nun mal halt, ne? So, jetzt müssen wir nur noch wieder raus. Das, das werde ich doch wohl mal hinkriegen. Naja, wenn die das alles wieder auffüllen, ich habe nichts dagegen. Ah, nee. Dann mal hier. Müsst du doch alles hier rausnehmen. Oder? Ja, mal das Klärchen. Super, Burschi. Na, das haben wir jetzt mal fein hingekriegt. So, schmeiß weg. Ja, so, da haben wir auch noch ein Fragezeichen. Und da schauen wir mal, was da ist. 600 und? Gehen wir da wohl noch hin, oder? Die paar Meter. So. Da nutzt mir jetzt gar nichts. Das Reiten. Müsste ich erstmal nach oben. Und dann können wir Kniegas geben. Ist mir dann egal. Heirika. Ja, das Spiel ist also jetzt, ja, in meiner kurzen Let's-Player-Zeit ist das das längste. Und wahrscheinlich auch das, bis dato, das längste, was es gegeben hat von allen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt mit anderen Spielen, die länger sind, also ich kenne keins. Klar kann man das Spiel so weit, die Länge ziehen, indem man, ja, ich habe aber gemerkt, hier ist es vieles doppelt und dreifach. Und das macht dann keinen Sinn, dieses Start weiter aufzumachen. Oh, 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 oh. Ja, aber klar, Entschuldigung, aber ich sass. Ja, war echt die Knie verstaucht. Aber sonst geht das. ich will nicht Pegasus normalerweise an Steinbruch so dann komm mal her das ist wieder so weit so lang ok da ist der Eingang da auch da ist auch irgendwas Eureka so im Grunde genommen so ein großes Gebiet Entschuldigung sind das eigentlich wenig Leute gut schon stehen wir wieder da gut passt doch und wir machen es dunkel Steinbrüche da sind meistens auch so alte Tafeln und all solche Töne ja so dann wollen wir mal gucken ob ich da reinkomme ich darf mich hier nicht erwischen lassen ne bei Gott nicht warum gehst du nicht das wird ein Spaß ja ja weiß ja aufheben weg damit und runter so kommt jetzt hier einer hoch oder so ne bis jetzt nicht komm ich von äh komm ich da nicht runter äh Sama so 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 der ist ausgerechnet hier am Tor ja bumm schön weggeholt der kommt auch weg der Kamerad der hat frei für heute der hat Feierabend oh was sehen meine blau verwimmten Augen da was machst du denn da oben Klappspaten warum komm ich da nicht weg jetzt kommt der natürlich runter ist klar ja logisch nee das bringt mir nix scheiße ja die sind mir alle zu die was jetzt komm mal hier hin du kommst mir gerade richtig du kommst mir gerade richtig du kommst mir gerade richtig hm SuperTyp Nein, das bringt nichts, schade. Oh, da ist wieder so ein Brocken. Ja. Okay. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Nein, 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 nein. Den will ich nicht. Das ist so ein richtiger Wackermann. Das ist so ein richtiger Brocken. Okay. Du hast hier nichts zu suchen. Ich weiß, dass ich hier nichts zu suchen habe. Das stört mich nicht, Kollege, Schnürschuh. Ja, das war's. Ja, das war's. Also, jetzt kriegen wir so richtig schön alle aufs Maul. Ja, ist ja gut für Sandra. Das war mein Nimmelte, ne. Heimat, eine Sterne. Oh. Wir werden jetzt mal eh nie machen. Den. Wenn einer kommt, den schnapp ich mir direkt weg. Ja. Okay. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Kann doch gar nicht sein, dass er ein Leiche ist. Weg damit. Und der hier hoch. Und der. Und der. Wozu geht das auch? Nein. Nein. Hey, halt! Oh, die Keule muss ich mir ganz weg... Ah, scheiße. Okay. Das ist dein Ende! Glaubst du ihm dich nicht? Glaubst du ihm dich nicht? Glaubst du ihm dich nicht? So, dann reicht's. Wer bist du denn? Ich seh nix. Oh, reicht der da auch? Oh. Die können mich jetzt alle mal kreuzhalten. So viel können da nicht mehr sein. Nein. Das ist mir jetzt egal. Von Anfang an war da ne Todgeburt mit... Sneaky. Ja, absolut. Hab ich doch gerade da auch schon. Oder nicht. Okay. Moment. Hier mal noch. Wollt ich das mal machen. Der nächste, der kommt, der... Das ist nicht mehr viel. Haltet durch, Leute. Haltet durch. Oh, tschüss. Mhm. Die liegen alle hier und... Kommt. Jetzt bin ich wirklich, Leute. Nein. Das macht keinen Sinn. Geh da runter. Hol was da holen. Und dann ist gut. So. Boah. Wir haben noch allerhand hier. So. Dann holen wir uns die anderen Sachen. So. Aber eins werde ich jetzt mal machen. Falls da doch einer auf die dumme Idee kommt. Das Ding da oben zu aktivieren. Ist das dann... Ganz schlecht für ihn. Ist da noch eins? Ne, noch nicht. Ich dachte schon. Wo haben wir denn da? Ne, ne. Hoch, hoch, hoch. Ganz normal laufen. Geht alles. Äh. Im Grunde genommen ist mir das egal. Aber... Wo bist denn du? Ja, ja. Und jetzt rennen hier schreiend durch die Gegend. Ja, halt die Fresse. Okay. Hier ist nix. Außer die jetzt die Sklaven. Ich nehme mal an, dass da Sklaven sind. Ja. Ja. Wir müssen uns den Yellowman da hinten. Oha. Du stirbst! Ja, ja. Nächste Woche. Trottel. Du stirbst! Ah. Nicht schlecht. So, was haben wir denn jetzt hier noch alles? Wie sind denn überhaupt die ganzen... Zwei Schätze und ein Ostraka-Rätsel? Zwei Schätze. Wissen, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ne. Gut. Jetzt haben wir sie aber. Dann holen wir uns die beiden Sachen noch, dann ist die Dingin ja auch abgefrühstückt. Oh yeah. Wo haben wir denn? Äh, hallo? Äh... Ach, da oben. Okay. Los, komm hoch. Schäle nicht so an. Das sind nur ein paar Meter. Oh Gott, ja. Frauen. Ehrlich, wenn man Frauen hier ranlässt, das ist doch... Ja. Okay, einmal Ostraka-Rätsel. Ach so. So. Eine Abmachung. Was sehen wir denn überhaupt aus? Ah, ich brauche mal wieder mit. Ja. Zack, erledigt. So, komm ruhig, lass ich hier auch noch raus. Wann ist das auch? So, mach ihn, war zwar keine Aufgabe, aber egal. Oh, da ist noch was. Der hat noch was zu tun. Yeah. Gut. Tja, Freunde, ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein Daumen nach oben wert. Und denkt an meine Worte. Nicht alle können so lustig sein wie manch anderer. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye. Ja, Freunde. So, dieses Ostraka-Rätsel in Euboea, ähm, bekommt ihr hier in diesem Lager. Steinbruch des Oreos. Und ist hier oben, ja, ne, das nicht, ähm, bei dem Stier. Nur hier genau da. Und da liegt es zu Füßen. Genau, eine Abmachung für die Freiheit. Jipp, denkt dran in Euboea.